Jo und herzlich willkommen zurück zu The Journey 2 The Hunter Return. Ich bin's, der Theking Rasko, der euch heute wieder durch das Video begleiten wird und wir schauen mal, was jetzt auf uns zukommt. Ein Titelgewinn hat echt Spaß gemacht, Boss. Aber ein echter Titel bei Saisonende wäre schöner. Also wenn du in der Premier League so spielst wie auf der Tour, dann haben wir gute Chancen. Danke fürs Vertrauen, Boss. Das Leben Das erste Kapitel Nice The Journey fortsetzen Ja, ja, ja Wir sind jetzt wieder in Liverpool Und, ja, verbessern wir unser Aussehen Da unser Outfit Da anscheinend Ich würde gerne wieder so ein Hoodie tragen Was haben wir denn da neu? Einmal hier den in blau Camouflage, sieht ja auch nice aus Wir haben drei neue T-Shirts Einmal hier Mhm Gut Ich glaube, ich bleib bei dem hier Und Hosen Und Hosen Ja, wie doch so aussehen Nee, auch so verstehe ich nicht Boah, die sind ja auch Boah, die sind ja auch Wir nehmen die Genau Haben wir jetzt auch gleich alles ein bisschen verändert Gehen wir los Ah, der erste Spieltag Gegen Newcastle Premier League Kapitel 2 Wieder im Geschäft Eine neue Saison Ein paar neue Gesichter Gibt viel zu tun In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen Härter arbeiten Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga Also geht aufs Feld Und zeigt mir und dem Coach Wie bereit ihr seid Kommt schon Ja Ja Wir sind bereit Ja Gut Der 13. gegen den 14. Bin ich mal gespannt Zu glänzen Ich glaube, das gelingt ihm auch Obwohl die Rüchteküche Gerade brodelt Eishunter, wir glauben an dich 125 Jahre Liverpool Spieltag 1 Hier in England Hier in der Premier League Und Frank Buschmann Begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Partie Das erste Spiel des Meisters Das erste Spiel von Liverpool Wie kommen die Reds rein In die neue Spielzeit Man hat große Ziele, große Ambitionen Und man hat Wohl den vielversprechendsten jungen Spieler Alex Hunter Auf den freuen wir uns besonders Und hier haben wir die Aufstellung Des FC Liverpool Gleich mal hier im Ball Das sah gut aus bis hierhin Aber jetzt haben sie den Ball verloren Hunter versucht's hier mal Und jetzt der Schuss Das Tor durch Hunter Der zeigt direkt mal Was er in dieser Saison vorhat Eine gute Aktion 1 zu 0 Erst schön hier geblockt Denn schön vorbei am Spieler Und dann Senkt der ihn Wer hat der? Die ist jetzt also in Führung 1 zu 0 Servi Ritchie am Ball Rossello Wird's jetzt gefährlich Ritchie Gut verteidigt hier Ah, ärgerlich Ballverlust Gibt's jetzt die Gelegenheit Mané Und da verlieren sie den Ball Den Ball kann erklären Emre Can Da ist die Hereingabe Das Tor sorgt für klare Verhältnisse Und mit dieser Führung im Rücken Da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen Schöne Ding Schaut doch gut aus Es steht 2 zu 0 Bisher spielen sie hier Ohne große Probleme Die Nachspielzeit Zwei Minuten Viel Zeit Ist das nicht mehr Schaffen sie den Anschluss Treffer Gut gedacht Aber dann geht der Ball Doch ziemlich daneben 2 zu 0 Gut Erste Halbzeit Liegt schon mal recht stark Würde ich sagen Wir gehen die zweite Newcastle mit dem Anstoß So Newcastle in Vorwärtsgang Hat auch übrigens schon Zum ersten Mal gewechselt So leicht dürfen sie es dem Keeper Natürlich nicht machen Schöner Pass von Alexander auf Coutinho Platz auf außen für Coutinho Er setzt sich durch Und jetzt könnte es was werden Auch warum nicht überlegen Naja Was jetzt Das hätte gefährlich werden können Ganz wichtige Aktionen Zunächst Und wie viel Platz sie haben Wie schnell ist der denn Schön gestärkt Oh Aber Ist nicht aus Gefahr Rindzone Jetzt gibt es Abstoß Auswechslung Mal sehen Ob sie durch die Umstellung Besser ins Spiel kommen Noch liegen sehen Gut Setz sich ganz gut aus Vom Trainer haben wir Lob bekommen Das freut mich Er zeigt Da gibt er zurecht Freistoß Jetzt wird er ausgewechselt Und das war heute Eine überzeugende Vorstellung So Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren Fängt diesen Ball ab Schöner Ball Jetzt wird es gefährlich Ganz stark gemacht Guter Steinpass Super gehalten Aus dieser Entfernung Toller Reflex Perfekt antizipiert Wo der Ball hingeht Da wirklich stark gehalten Von den Newcastle-Keeper Und jetzt Coutinho Mann, Mann, Mann Schade Deon kommt rein Bei Newcastle Und Gallé Das ist der Ballverlust Das könnte die Chance werden Schöner Pass Jetzt auf die Außen verlagert Und jetzt ist der gut durch Schöner Pass Schöner Pass Klasse Treffer Von Alexander In der 22. Minute Führung ausgebaut Und da steht es einfach mal 3-0 Sie haben wirklich Alles im Griff Klag Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor Das könnte gefährden Magdein Den hat er wohl nicht richtig getroffen Ja, das gegen geht ein gutes Stück vorbei Wechsel bei Liverpool Klavani kommt Und Hunter Weg ist der Ball Mann, den würde ich anders spielen Das könnte gefährlich werden Flanke an den kurzen Pfort Da hat der Torwart keine großen Probleme Er spielte zurück Guter Doppelpass Sehr weh Mitrovic Das ist gut Sie unterstützen den ballführenden Spieler Der Ball erstmal raus Gut gemacht So Man muss nach vorne hier Der Blick zur Uhr Noch sieben Minuten Das macht er gut Die Chance für ein Tor Abgepfiffen Wirklich? Und jetzt wollen sie wechseln Okay Jetzt warten hier beide Teams Auf den Abpfiff Das war eine einseitige Schöne Aktion Szene geht weiter Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein Sowas müssen sie reinmachen Schöner Pass Aber Salah konnte nicht sein erstes Tor machen Schöner Doppelpass Ach echt das Ach echt das liebte und einflutte mann das war nie gegeben das war eine leistung wie in der vorsaison also 4,9 zwei toren wunderschönen okay mal gucken was jetzt noch auf uns zukommt ja bei diesen hervorragenden steilpässen hast du gezeigt was in dir steckt über diese trickreiche tore werden die fans noch wochenlang diskutiert sagenhafte technik deine pässe nach vorne sind exzellent du zeigst enorme übersicht und findest deine kollegen immer wieder mit technisch hochklassigen direktpässen ja das folgt nicht wir haben klasse spiele bis jetzt abgeliefert und wenn ihr das auch so findet dann lasst auf jeden fall mal jetzt schon eine bewertung da so spielbelohnung unser transfermarkt ist bei über 10 millionen ziel erreicht wird auch gut aus sind kurz vor der 77 und machen mal auf weiter so ich würde auch sagen das war es dann auch von dieser folge ich hoffe sie hat euch gefallen ihr könnt es mir gerne mit einem daumen nach oben zeigen wenn euch die folge gefallen hat und ja wenn du neu auf meinem channel bist kannst du mich gerne abonnieren würde mich freuen und lass auch gerne eine Bewertung da wie schon gesagt wenn du mich abonniert hast vergiss bitte nicht die Glocke zu aktivieren und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen bis zum nächsten Mal Euer Sikking Rasko Tschö mitte Tschö